Herzlich willkommen im Hebammsalon. Der charmanteste Ort für alle Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt. Und wir sind Karen und Sissi. Und wir sind beide leidenschaftliche Hebammen mit insgesamt über 40 Jahren Berufserfahrung. Und unseren erfolgreichen Podcast Hebammsalon gibt es jetzt auch in Buchform. Für alle, die unsere besten Tipps für Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett lesen möchten, für euren ganz persönlichen Weg zum Elternsein. Für Schwangere und ihre Partner und Partnerinnen für werdende Eltern und neue Eltern. Von Hämorrhoiden bis Hausgeburt und Sex bis Stillstart. Tacheles mit Taktgefühl und Evidenz mit Entertainment. Ab sofort im Buchladen eures Vertrauens.